Drei, Zwei, Eins Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars mit dem Luke Hi Also Luke Skywalker Habt ihr den Witz verstanden? Wir spielen Skywars mit Luke Skywalker Okay, du bist ausgerüstet, soll ich eine Spitzhacke machen für mehr Diamanten? Ja, das wäre sehr nice Ja, komm, dann mach ich eine Spitzhacke Es ist ein YouTuber-Battle, wieder organisiert von den Buddies, die zocken Die Buddies zocken Zocken in Buddies Und, jo, gut Passt du auch, ich hab voll Angst, dass jetzt schon jemand kommt Ich muss mir erst... Ich schau grad ein bisschen rum, ich weiß nicht Hast du eine Spitzhacke? Also irgendeiner, irgendwas? Nee, ich hab nur Sticks Oh, halt, stopp, halt, stopp Ich hab's versaut Oh, oh, oh Was hast du gemacht? Ich hab eine Steinspitzhacke gemacht anstatt eine Eisenspitzhacke So, ich baue die Dias jetzt ab Ja, ja Ich werfe dir die Dias dann zu, dann machst du ein Dias-Schwert Okay? Ja, okay So, okay, pass auf, hier, zack, zack So, wunderbar, dann mach ich mir jetzt ein Dias-Schwert So Ähm, du hast nicht zufälligerweise eine Ender-Perele? Nee, hab ich leider nicht, hast du eine? Schade Ja, ich hab eine Wenn du das auch eine gehabt hättest, dann... Ben is first blood Was? Wie hat der das geschafft? Keine Ahnung So viel zum Thema Titansieger, ja Ja, ja So Ich hab, äh, Fire Resistance Potion Ich hab, äh, Dingensp... Ähm, 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 hast du TNT oder sowas? Ähm, nö Hast du irgendwelche anderen Blöcke? Warst du oben schon die Kiste looten? Ist da oben überhaupt eine Kiste? Oben? Ja, ich guck mal Gibt's da oben keiner? Äh, nee Ah, halt! Halt, wenn das das ist! Warte mal, nein, schade Warte, nee, nee, nee Das ist nicht diese Map mit dieser... Versteckten Kiste, ja? Die hab ich auch schon gedacht Ja, gerne, gerne Hey, wir brauchen Essen! Ich hab nix zu essen Ich hab nur hohes Zeug, warte Ah, ich hab, ich hab n Kuchen Ich hab n Kuchen Achso, nice Wow Erstmal Kuchen essen Wow Ja, sonst, warte, ich kann dir hier zwei Sacks geben, wenn du willst Ruhe, ey Ist da, ist da drüben überhaupt ein Team? Warte mal kurz Die bauen sich direkt in die Mitte Ich baue mich mal da rüber, okay? Ja Ich, äh... Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Du kannst hier Angeln machen Guck mal hier Mach mal Angeln Okay Mhm So Ja Ja, klar Okay Warte, ich hab da... Das ist, äh, taktisch sehr cool Kann sein, ja Ja, ne, ich hab... Ähm... Ist da überhaupt ein Team auf der anderen Insel? Wenn nicht, können wir die looten Ich weiß nicht Das wäre optimal Also ich, ich weiß gar nicht Ich glaub, die Runde ist nicht ganz voll jetzt Wir waren nicht genug, um sie zu füllen Ne, 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 ne Ich bin jetzt auf der anderen Insel Mhm Hier ist keiner Hier ist ne Kiste voll mit Sachen Ich hab nen Goldapfel Nice Nice Wenn du noch ne Enderpelle bekommst, dann könnten wir uns dann irgendwo hinkaufen Oder war hier schon jemand Oh, ich hab ne Enderpelle Nice Okay, warte, ich geb dir mal deine Angel Und ich hab... Wow Ah, ah Alter, erschreck mich nicht so Alter Mach das nie wieder Alter Alter Luke Skywalker Tu das nie wieder Hä? Warum waren die? Warum ist hier ein Loch? Keine Ahnung Ich bin da grad durchgefallen So, ich hab eine Enderpelle Aber die bringt nicht viel, ne Die Frage ist Wir könnten uns hier zu dieser Insel bauen Und dann könnten wir uns beide dort rüber porten Wo die gerade sind Siehst du die da hinten? Ja, meinst du, wir hätten ne Chance gegen die? Ich brauch erstmal Essen noch Also ich hab den Gold Denk schon Aber ich nicht Also ich Ja, ja doch Ja, wir könnten Wir könnten's einfach mal probieren So nach dem Motto Let's try it Ich baue mich jetzt einfach mal so rüber Ich schaue einfach hinter uns, ne So Okay Was so abgeht Also ich kann nicht fast bridgen, gell? Das ist das erste Mal Sky Wars Das allererste Mal Nein Nicht das allererste Mal Das ist das aller Nein Ich weiß es nicht Vielleicht Keine Ahnung Ich spiel's jetzt auf jeden Fall das erste Mal seit langem Okay Da drüben sind übrigens Dom und Ari Echt? Oh nein Dom ist gut Der Ari ist glaub ich auch nicht schlecht Echt? Also so ist halt Ist das nicht ein Mädchen? Einfach diese Vorurteile Das war Spaß, Mann Lass das Lass mich's trinken Mach mal Achtung ich glaub die kommen Doch hätte ich Aber pass auf Oh guck mal Die sind full Oh nein Warte mal Was machen wir da jetzt Nein Luke das ist blöd Ist das blöd? Die haben Die sind stärker Du hast ja noch die Spitzhäger Das heißt wir könnten die ganzen Diamanten abbauen Und zwei Dia Testplates machen Pass auf Die wissen nicht dass wir eine Angel haben Wir lassen die jetzt einfach mal rüber kommen Die sind ein bisschen eingekesselt Okay Ja 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 Pass auf Dann nicht dass hinten jemand kommt Ich weiß nicht wer gegenüber von denen ist Das frag ich mich gerade Da ist was anderes Oh SK wurde von Hauptmann getötet Oh RIP Ja was ist das? Any Art baut sich grad rüber Wir können jetzt die Enderperle werfen Willst du? Ich? Ich esse jetzt den Gold Apfel Ja wie beide Wie beide Warte 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 Ach du hast auch eine Wir müssen warten Ja wir müssen warten Jetzt nicht mehr In den perfekten Moment Ja wir brauchen den perfekten Moment Genau in den perfekten Moment Ari guckt Okay jetzt Gold Apfel essen Jetzt Gold Apfel essen Okay Und in 3, 2, 1 Jetzt rüber Okay Okay Und ich bin Nein 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 Sie hatte mich fast runter geschubst Oh Gott Oh fuck Nein Nein Ich bin runter Shit Fuck Ah ich hab Ari noch getötet Oh Verdammt Der hat noch volles Leben gehabt Alter Schade Schokolade Naja Leute Wenn euch diese chillige kleine Runde gefallen hat Ich hab noch jemanden gekillt Das freut mich voll Ähm dann äh schaut bei den anderen vorbei Aus den anderen Sicht Ne ich bin mal gespannt Vielleicht machen wir noch eine Runde Das weiß ich noch nicht Auf jeden Fall Daumen hoch Schaut bei Luke Skywalker vorbei Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder Tschüss Tschüss Moin moin Mein lieben Klaas Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Skywalks Hallo Hi Hallo Hi 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 Pass auf Okay direkt Mitte gehen Direkt Mitte gehen Jetzt aber die Enderperle nicht fehlen Okay 3, 2, 1 Warte jetzt schon werfen Willst du jetzt schon Ich hab schon geworfen Bist du angekommen? Ja ich bin angekommen Ich bin da in der Mitte Okay 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 Ich bin auch da Wir sind in der Mitte Gut gut Oh ich hab ne Enderperle direkt wieder Okay 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 Ich hab Schneebälle Ich hab Schneebälle Oh nice So okay Aufpassen nicht dass sich andere rüber porten Oder so irgendwas Okay Ich war oben in der Mitte Du hast hier alles gelootet Okay Ich bin unten am durchlooten Ich hab richtig guten Stuff grad bekommen Ich hab ne Spitzhacke auch Ähm ich hab Schneebälle Schneebälle ja hab ich auch Okay warte kurz Guck dir mal meine Rüstung an Warte Lass mich mal bitte kurz equippen Beschütz mich mal Oder guck halt mal Das ist irgendwie nix Kann zwei Dia-Schwerter machen Warte mal Ich mach mir ne Äh ne Dia-Hose Mach mal ne Workbench Äh ich hab kein Holz Oh warte dann Mach richtig schnell So Okay Ähm sonst Ich hab ja den Dia-Helm Hast du Okay pass auf Ich mach mir jetzt ne Dia-Hose So Zack Ich mach mal zwei Dia-Schwerter Okay gut Ich hab der eins Danke dir Alter wie schnell So Nice Okay Hast du ein Level? Hast du ähm Ne ich hab kein Level Oh doch ich hab ich hab äh experience Dinge Achso ja sonst hätte ich hier Ich hab dir grad ein paar angebrochen Warte Weil hier ist ja auch ein Enchanter Da kann man einfach Scharpen ist eins Okay 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 Achtung Da hinten bauen sich welche rüber So äh 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 Ich mach jetzt hier So ich hab Scharpen ist eins drauf Einmal Und dann verzauber ich noch ähm Meine Hose So Äh 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 Protection eins Ja ist okay So 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 Hast du TNT? TNT Ja Fünf Okay nice Ich hab Feuerzeug Gib mir mal bitte das TNT Ich bin gut in TNT Brauchst du den Enchanter noch? Äh ne eigentlich nicht Ja gut dann baust du ihn immer ab Ja ich baue ihn immer ab Nimm den mal mit Wir könnten uns Okay gut Zu Benni und Haupt nach rüber bauen Oder sowas Direkt mit denen anlegen Du hast ja auch ne Enderperle Warte mal hab ich ein normales Essen? Ja äh Ich hab ne Enderperle ja Könnten wir machen Weißt du? Warte 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 Jetzt gleich sofort Sind es die da hinten? Ja das sind die gerade Geradeaus Okay Weißt du? Drei zwei eins los Okay Let's go Let's go So ich bin drin Ich bin gesneakt Ich esse einen Goldapfel Wo bist du? Ja ich bin auch da Ich bin auch da Okay Von hinten drauf Okay rennen wir hoch Rennen wir hoch Oh scheiße Warte hochsecken Ich secke mich hoch Scheiße Nein 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 Mist 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 Wir wissen glaube ich nicht Dass wir von hinten kommen Okay doch sie haben uns gesehen Achtung 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 Aaaaaah Jetzt muss ich aus Prinzip schreien Oh Gott Was? Alter Alter wie die abgehen Was? Wie viel Schaden haben die gemacht? Ey übel Ich hab die nicht mal richtig getroffen Ich wurde einfach nur down gehittet Boah ey Neeeein Nein Hä Mann Full Dia Wie geht das? Was haben die für ein Schwert? Übel gell? What the fuck? Ich dachte so Ja die holen wir easy Mit deren Equip so Aber anschein nicht Nein Wir hätten das anders angehen sollen Wenn Sneakiger Weißt du? Oh mein Gott Naja Es war okay Gut Okay Also wenn es euch trotzdem gefallen hatte Den Daumen erhoben Schaut beim Lied vorbei Und tschüss Tschüss